Herzlich Willkommen meine Freunde hier bei Knecht und zu einer weiteren Folge Sniper Elite 5. Heute werden wir noch die Waffe hier freischalten und zwar die Maschinenpistole 44. MP44, die fehlt uns noch. Ja, sonst wer will die nicht haben. Also let's go, starten wir. Und dazu gehen wir in die Kampagne 4. Wo ist die 4? Hier. Sehr einfach haben wir den. Wir starten mit dem Ah, wir nehmen den normalen Haben wir jetzt den normalen Standort? Ja, ok. Gut. Ja. Let's go! Die Zeit ist ehrlich mit der Rattenbombe zu spüten. Let's go! So! Was brauchen wir hier? Wir starten jetzt hier. Hier liegt die Rattenbombe. Die benötigen wir jetzt. Zack! Wir haben sie dabei. Schlafen. Wir gehen jetzt ja den kürzesten Weg. Soe want him dead, too. I can get over the river by the dam. Test. Ja, genau meine neue. Äh, was ist das für eine Zielvorrichtung? Mein Gott! Okay. Wow, die Zielvorrichtung ist ja... Mein Gott! Wir gehen gleich weiter her. Zeit 2. Better keep it quiet. I don't want to raise the alarm just yet. Da, ehrlich... Ist da hinten? Wir werden das noch... Snipe noch weg hier. So! Yes! Number 1. Und... Boah! Krass! Geil, die Sniper, ja! So... Wie weit geht's? Kommt noch keiner, ja? Wo ist da noch keiner? Ah, da ist er. Gut, haben wir. Jetzt geht es hier hoch. So, jetzt gehen wir hier hoch. Ganz fast nicht verfehlen hier. So, wir nehmen noch die Pistole zur Hand. So, jetzt achten wir doch darauf, dass wir hier in der Nähe, jetzt sind wir schon ziemlich nahe, dass wir hier keinen Alarm auslösen. So, jetzt gehen wir nach vorne. Jetzt sind wir hier bereits in der Nähe. Jetzt sind wir echt vorhin. So, jetzt, bevor wir weitergehen, speichern wir hier. Ganz wichtig, wir speichern hier ab. So, jetzt gehen wir hier hinten durch. Schauen wir, dass er hier oben uns nicht hört. Schön hier vorbeischneigen. Das ist untragbar. Schon wieder zu spät. So. Na los, komm schon. Kommt raus. Wo ist der Pasch? Ich hasse Versprochenlichkeit. Ganz ehrlich, wo ist dahin? Ich soll keine Kugeln für Ratten verschwenden. Jetzt hören wir hier auch dem Ratten hier oben zu. Ich habe schon länger keine Ratte mehr gesehen. Entweder verstecken die Bieste sich. Oh, ihr habt euch ein Nest, das meint. Jetzt können wir hier so eine Rattenbombe legen, schauen, dass uns niemand zieht. Jetzt müssen wir hier nur noch warten. Ich hoffe, dass der Wald unsere Ratte hier erwischt. Wir könnten ja auch zuschauen hier. Und hier sehen wir ihn. So, jetzt müssen wir nur noch warten. Mal schauen, wie lange die noch sprechen. Wegen ihrer Doppelzüngigkeit werden noch Deutsche sterben. Wir konnten jedes Wahlein verpacken. Komm, wir gehen mal schauen, bis die Kappplauder tragen. Wo sind sie? Finden Sie heraus, wer dieses Phantom ist, das der Resistance hilft. Wow. Aber den nennen sie mir nicht einfach. Dafür muss ich ihnen was im Austausch geben. Wir gehen mal nach vorne. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn er hier auf die Ratte schießt. Oh, da hinten kommt ein. Ja. Na los, ehrlich. Ich bin ein toter Mann. Positiv denken, ehrlich. Nicht vergessen, man darf die Hoffnung nie aufgeben. So, jetzt schauen wir mal. Ah, jetzt kommt er. Er kommt. Da sind wir ihn. Hallo, ehrlich. Jetzt hat er sie. Weg mit dem Schädling. Was? Ja, komm. Halt dich. Daneben. Hey, trifft er auch schlecht. Der hat ein super Ziel. Viel Spass beim Nachmachen, meine Freunde. Euer Glecht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.